Musik Beugen jedes Tier, Vater, Herr, und die Berne umkehren, Vater, Herr, und Vater, und ich bete, dass der wirklich, Herr, ein Worte macht. Musik 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 Hallo, ich bin Annette, ich bin heute den ersten Tag dabei. Ich bin mitgelaufen von Delitsch nach Leipzig. Es war für den ersten Tag eine ziemlich weite Strecke, aber ich bin froh, dass ich sie gut überstanden habe. Ja, heute Morgen gleich bei den ersten Kilometern, da hat mein großer Zeh angefangen weh zu tun, dann habe ich mit jemandem dafür gebetet und es ging dann sehr gut. Der Schmerz ist immer weniger geworden und dafür bin ich Jesus sehr dankbar. Das war heute eines der Highlights, sonst hatten wir eine supergute Gemeinschaft und auch viele gute Gebetszeiten und dafür bin ich ganz recht dankbar.